hallo und willkommen von der il notre dame es verspricht ein weiterer unglaublicher großer preis von kanada zu werden auf dieser strecke ist der sieg extrem hart umkämpft das oft weniger als eine zehntel sekunde ist die den wettstreit um die pole position entscheidet unter nassen bedingungen sollte man diese strecke nicht unterschätzen wobei während der langen geraden die entsprechende spitzengeschwindigkeit über sieg oder niederlage entscheiden könnte diese 4,34 kilometer lange strecke besitzt 14 kurven und bei trockener fahrbahn ist eine durchschnittsgeschwindigkeit von 209 km h pro runde drin um allerdings irgendetwas davon zu sehen müssen wir heute schon ziemliches glück haben wie gewöhnlich darf ich heute stefan römer an meiner seite begrüßen warum reden wir nicht über mclaren was denkst du über ihre bisherige performance die atmosphäre innerhalb des teams scheint im moment wirklich positiv zu sein alle scheinen voller energie und tatendrang zu sein und dabei auch noch eine menge spaß zu haben und das hat natürlich alles zu der performance beigetragen die wir bisher sehen konnten sehen wir uns kurz die startaufstellung für das heutige rennen an bevor es losgeht louis hamilton startet heute von der pole und charle claire steht auf p2 und die übrige startaufstellung ist wie folgt richards bottas sebastian vettel und perez straw norris science und max verstappen arben ricardo pierre gasly und giovinazzi okon magnussen roman grosjean und danny quert king latifi russell und kimi raikönen rundet die startaufstellung ab welcher dieser talentierten fahrer wird sich heute durchsetzen ja da sind wir im verriegten rennen in kanada schauen wir mal gehen wir rein ins rennen platz drei ja gucken was drin ist hinterher mit lecker werde ich niemals erwartet dass wir so weit vorne waren wir stehen so gerade mal was gucken ich muss noch meine traktionskontrolle wiederholen ja denn hier war das auch immer noch ein bisschen so weit vorne stehen können deswegen sage ich jetzt ja versuchen muss ich habe ein bisschen trocken wetter noch am ende und da wäre es vielleicht auch möglich das rennen noch zu gewinnen aber wir können natürlich erst das podium die saison und da karriere holen hier in etwa 2020 in derzeit 20 damals erst das gold da war ich ja zufrieden wenn ich das weil ich ja unzufrieden wenn ich das rennen nicht auf dem podium so geht es gleich los in die startaufstellung auf geht's die rest des vettel der neben borders hin auf der vier setzte rennen unter dem namen minadi ich werde das team wieder um benennen so angeht so den ersten haben wir schon mal kassiert dankeschön für das nämlich reinran den ersten haben wir schon mal kassiert unseren zweiten platz auch mal wieder so versuche ich gerade mal ob ich den vielleicht bot das ist jetzt auch vorbei derweil an der claire der hat auch sehr schlecht gestartet hat das ist ein guter start gut jobb damit kommt einfach schon mal vorne weg die starten war gut weggekommen auf jeden fall wieder mit ferrari relativ zock locker kassiert mit dem honda motor mal gucken was auch drin ist in diesem brennen 18 runden sind um uns heute zu fahren die beste beste halt jeder annehmen hier nur ist er mit ne ein und und die die Um mich jetzt ein bisschen abzusetzen, mich erstmal von Bottas. Ich kann mich jetzt ein bisschen absetzen, wieder von dem hinteren Mercedes und versuche jetzt den nächsten zu jagen. Leider nicht so der letzte Sektor, der war gut. So, hoffen wir mal, dass wir hier ein bisschen rankommen jetzt. Und Baku hat Hamilton den Motor zerlegt. Und wenn ich mir gerade links meine Einheit ansehe, dann denke ich mir auch, ob ich das jetzt nicht mit meinem Motor noch. Aber mein Hahn sieht sehr gut aus, was das betrifft hier. Aber es sind noch 15 Runden, ne? Dann war ich mega zufrieden, wäre mit Platz 2. Es ist gerade ein bisschen was größer geworden, während sie auf der Mitte da unverändert ist. Ja, ich komme nicht wirklich ran. Ich hoffe nur, dass die irgendwann mal in die Box gehen. Ja, da müssen wir mich ein bisschen mit aufpassen jetzt. Ich versuche gerade ein bisschen, mich wieder anzukämpfen. Aber das wird wahrscheinlich schwierig werden, da vorne noch was zu machen. Scheiße. Ich bin sicher, dass wir starten, zu sehen, eine Verlust der Macht. Ich glaube, der zweite Platz ist definitiv alles andere als... Alles andere als sicher. Den müssen wir um Pfeffer zu kämpfen. 14 Runden gegen den Mercedes mit mehr Power, aber es wird schwierig werden. Aber gucken wir mal. Scheiße. Scheiße. Habe ich nicht darauf gedacht, dass der Motor so gut ist. Ja, dass der Motor noch... Oder wie viel wird denn der Motor noch drauf hat. Ich glaube nicht, dass die Linie noch genug genug ist, um zu denken, über die Schläge zu denken. Lass uns noch ein bisschen länger halten. Hm. Scheiße. So, 13 Runden noch. So. 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 Sogar Bestzeit gerade Sektor 1 jetzt. Sobald wir tatsächlich das Nest hätte fahren, ich hätte zwar wasser war, dass das Trocken hätte fahren. Also wir haben wahrscheinlich rein müssen, auf Rot gehen. Aber die Reifen, ja ich komme wieder ein bisschen weg von Bottas, das ist gut. So, wir können nicht pushen, gegen Hermöcken. Ich komme wieder ein bisschen so einen Schritt näher. So, 43,7 der aktuelle Vorsprung auf Jordan King. Mit dem man sagen, ich hätte normalerweise umschlagen müssen. Aber irgendwie läuft das im Kanal ja super gut. Wie gesagt, Platz 2 momentan. Bei doch aufstehenden 11 Runden. Die Frage ist, ob jetzt auf die trockenen Slicks gehen. Oder auf die, auf die, auf die, auf die Medium gehen. Auf Medium gehen, auf Gelb. Die Energie wird verraten, um zu reduzieren. Weißt du, dass du mich jetzt verarschst mit dir? Ja, du darfst mich nicht mit dir scheiß. Ich war zu schnell. So, rein in die Box, frische, gelb, ich denke, Hammett wird auch gelb gehen, ja. Der ist aber schon draußen aus der Box. So, jetzt mit dem Bottas habe ich hinter mir noch. So, warte mal, jetzt muss ich mal eine Pfarrhilfung bestellen. Jetzt kann ich durch mittlere Traktion fahren. Hamilton ist natürlich klar vorne weg. Das wird definitiv nichts warten. Die müssen natürlich jetzt mal auf Temperatur kommen, weil die jetzt schon durch sind, die noch relativ neu sind. Jetzt haben sie mal 4.5. Jetzt habe ich natürlich noch 10 Runden zu werden gegen den, gegen den Mercedes da hinter mir. Das ist halt Max Verstappen. Jetzt muss ich mich versuchen zu wehren. Ich denke, das Podium ist fort. Das wird ein paar Punkte geben, wenn wir glücklich sind, weil momentan ist der Motorricht angeschlagen. Die Hälfte rennt sich jetzt um. Dankeschön. Wofür kriege ich 5 Sekunden? Ich bin klar, Alter. Oh Mann, ich bin doch klar. Abgedrängt. Okay, wir haben noch 10 Sekunden, bis du den nächsten Punkt erreicht hast. Ja, wie soll ich das machen? So, jetzt habe ich den Zügel nicht mal wieder gewonnen. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, den zweiten Platz zu machen. So, hinter uns kämpft jetzt gerade Leclerc, Bottas. Die kommen jetzt alle ran. Es wird so schwierig werden, die noch mal gucken, irgendwas mitzunehmen. Das ist jetzt... Hör ein bisschen fram, ey. Jetzt komme ich zumindest ein bisschen weg. Kein Leclerc ist von Bottas. Und jetzt schauen wir mal ein Problem an mit dem Auto. Ja, mit Klarschätze runter, call sich die wieder. Das heißt, ich kann mich wieder eine Runde ein bisschen absetzen. Runde 11, nur 7 Runden hier in Kanada. Kann das für Überraschungen den zweiten Platz für uns geben? Dann hätten wir 19 Wärmepunkte auf dem Konto. So. Jetzt kann ich auch ein bisschen durchzuatmen. Da kriegen wir es wieder hin, aber... Ne, diesmal nicht. Es gibt eine Gap von ca. 15 Sekunden bis zum nächsten Auto. Scheiße, Hamilton ist weg, definitiv. Bis zum Boxen soll man mal schön drein annehmen. Und danach hat es das jetzt wieder ein bisschen... rausgezählt. So, jetzt sind wir ein bisschen weg vom Bottas. Weil jetzt, glaube ich, wieder ordentlich rankommen wird. Hamilton fährt gerade eine Schöne nach der anderen. Jetzt, um mich gerade wieder ein bisschen wegzuarbeiten. So, Bottas, definitiv erstmal raus. Abgearbeitet, abge... Boah, ist das schwierig, den jetzt nicht damit zu halten. Sechs Runden haben wir noch. Ich schwere mich, ja. So, bei dem ist es einfach, wenn ich an dem jetzt... Bei dem ich jetzt ziehe das... Da fände ich fünf Plätze. Uh, einer... Oh, Mann! Danke schön fürs Vorbe... fürs Wegramm, ey! Geh weg, Mann! Ja, mein kaputter Flügel, das ist das Problem an der Sache. So, Leclerc ist vorbei. An Bord hast du dir halt. Dann wird mir der nächste Schätze rund 1.15.4. Da können wir gar nicht mithalten. Wir wirklich noch Verteidigungsmodus fahren. Sind noch sechs Runden. So, es geht jetzt in Runde 13 gleich. So, Safety Car auf der Strecke. So, damit sind wir wieder dran an Bord an der Mücken. Wobei der... Der Vorteil ist, dass ich jetzt ein bisschen abbar... Bis ich jetzt ein bisschen sendern kann. Und jetzt hier erstmal ein bisschen durchatmen kann. Gruson ist raus. 1 und 3 ehemalige Waren, die aktuell ist ja Kibben jetzt. So, jetzt kann ich ein bisschen durchatmen. Da steht Gruson. An der Stelle, wo ich den Bot das erwischt hab. Wäre natürlich super. Wäre natürlich sinnvoll, wenn wir jetzt auch den Dings wechseln könnten. Okay, slow down, slow down. Dein Delta ist negativ, das bedeutet, dass du zu schnell bist. Reduce deinen Platz. Und sich jetzt jedenfalls weg zu wechseln, auf Froh zu gehen. Es gibt fünf Lampen der Führung. Wenn du bei Hamilton aber auch nicht reingehst. Wenn du bei Hamilton aber auch nicht reingehst. Bei Hamilton immer noch 22, 23 Sekunden weg ist. Ich arbeite jetzt gerade ein bisschen mit. Gut. Ich bin sicher nicht mehr so länger das Ding jetzt hier so läuft. Soll der Milch da vorne einen schönen Weg fahren. Interessiert mich nicht. Dann wären wir tatsächlich zweiter. Ja. Ich halte jetzt gerade mein Motor. Ich bin ruhiger, damit ich auf dem Medium bisschen Benzin sparen. Jetzt hat der Hamilton, jetzt ist es richtig klar. Ja. Und auf einmal können wir das Rennen wieder gewinnen. Ich spare jetzt natürlich Sprit. Da sind wir noch das Richtige. Runde 15, drei Runden noch. Ja. Wir haben jetzt alle gemütlich auf Rot jetzt gewechselt. Ich kann jetzt schön Benzin sparen. Mein Motor schon. Und vielleicht kann man ja nochmal pushen. So und jetzt bleibt schön draußen. Ist mir herzlich egal. Sondern noch ein, zwei Rundchen bleiben. Und dann versuchen wir vielleicht nochmal mit der vorletzten Runde was zu machen. Der ist ja momentan nicht freigegeben. Wir dürfen nur den Start nicht verpennen. Ja. Welche Vorbilden müssen wir jetzt weiter werden? Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green light goes. The safety car is in this lap. There's four laps of fuel remaining. Shit. Natürlich. Ah. Hat sich in das sind scheiß Wand reingehaut. Tschüss. Ja, ja. 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 So, ich hoffe, dass der Flügel jetzt ein bisschen hält. Die Flügel jetzt schmerzt wenn die Flügel jetzt ein bisschen vom Gummin rein. Ja, ja. Auf einmal fühlen wir ein Rind an. Okay. So, weg. Haja, was, Alter? So, ich versuche, mich durchzuarbeiten hier. Ich will dieses Rennen einfach gewinnen. Vorletzte Runde, liebe Leute. Alter. We've only got two lamps of fuel left. Fuck, I'm in. Best Zeit. Hamilton Court hat aber diese Zeit nochmal. Der Hamilton, der will nochmal vorbei. Der will das Ding hier natürlich gewinnen. Letzte Runde, liebe Leute, die Kanada betrifft. Können wir uns tatsächlich wieder einen Sieg ermauern, irgendwie bloß mitzunehmen. Da wollen wir uns vor der Straße ein bisschen rämpeln. Aber das hat auch nicht... Das kann man nicht machen. Das können wir nicht zulassen. So, jetzt irgendwie das Ding nach Hause fahren. Bist du weggekommen, sind wir mittlerweile. Simon hat... Simon erzählt, der hat der... Der ist irgendwie mit Versuch und lang auf das Stück, der letzte Stück gerade zu... Und... Unfall dahinten. Das ist mir aber egal. Wir haben's. Wie auch immer. Wir haben ein Rennen gewonnen. Das bedeutet, das hat ich niemals die Möglichkeit. Aber wir machen das ein bisschen... Naja. Hier wird schon mal. Das war hier heute bei weitem keine klare Sache. Aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines DINs und zu der ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt. Aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, was es sich für sie gelohnt hat. Habe ich niemals gedacht, dass wir so ein Ding noch gewinnen und mit Harter kämpfen. Das Häftige hat es aber rausgeraumt. 16. Mit diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer. Charles Leclerc hat heute genau gezeigt, wie man mit der Strecke zurechtkommt. Er hat sogar keine Fehler gemacht. Das war unglaublich. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Keine Veränderungen an der Spitze, aber mit den Punkten von heute wird die Führung deutlich wackeliger. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Alfa Romeo, das mit einem guten Resultat in der Meisterschaft einen Satz nach vorn gemacht hat. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habe ich nie gedacht, liebe Leute. Von drei geschaut am Ende auf Platz 1 noch durchzureichen. Na klar. Und vor Verlust-Hemmel, aber was versucht das da an der letzten Kurve? Da war noch nicht möglich. Ich konnte die Lücke noch zumachen. Mein erster. Überhaupt. Das ist so gesiegt. Die Fans haben das wirklich genossen. Bei Ihnen sei das leicht aufzunehmen. Sie konnten heute die Spitzenpositionen ergattern. War es ein einfacher Sieg? Ja, perfekt. Nun, es scheint, als hätte sich das Blatt zu Ihren Gunsten gewendet. Im Vergleich zum letzten Wochenende ist es merklich besser für Sie gelaufen, nicht wahr? Wir haben Sie wohl alle unterschätzt, nicht wahr? So. Wie hat Ihr Team auf die schlechten Wetterbedingungen reagiert? Danke für den Kommentar. Ja. Haben wir das Ding auch. Gutes Geld. Gutes Geld. 300.000 noch mal was konnte. So, liebe Leute. Dann war es das für heute. So, Sponsoren erneuern. Und dann sind wir durch für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann geht es mit dem großen Preis von Frankreich weiter. Bis dann. Tschüss. Das ist das für heute. Vielen Dank.